Hey Luca, immer wenn ich mit dem Mountainbike den Berg runter fahre, denke ich, so schnell fährt Luca den Berg wahrscheinlich hoch. Ich wünsche dir für deinen Lauf am Montag alles Gute. Mindestens Gold. Mach's gut. Hi Luca, auch von mir tausend gute Wünsche für Olympia. Ich drücke ganz fest die Daumen. Hallo Luca, alles Gute für nächste Woche. Wir glauben an dich. Hey Luca, tausend gute Wünsche für Olympia. Lieber Luca, viele Grüße vom Campus Göppingen. Ich drücke dir beide Daumen für Olympia und wünsche dir viel Glück. Tschüss. Hallo Luca, tausend gute Wünsche für dein Rennen am Montag. Wir drücken dir alle die Daumen. Lieber Herr Schwarzbauer, wir sind alle so stolz, dass Sie teilnehmen an Olympia und drücken ganz, ganz fest die Daumen. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken, wo Sie landen werden. Alles, alles Gute und Sie rocken das. Tschau. Hey Luca, tausend gute Wünsche für nächsten Montag. Wir werden alle mitfiebern. Hey Luca, wir drücken dir am nächsten Montag alle die Daumen. Also wir stehen da und wir treten mit. Wir fahren mit. Wir treten mit. Wir sind dabei. Alles Gute und viel Glück. Hallo Luca, ich wünsche dir viel Erfolg. Hallo Luca, in dem Fall wünsche ich dir, dass es so schnell wie möglich bergab geht, wenn es auf dem Parkour ist, denn dann geht es sportlich und karrieremäßig bergauf. Toi, toi, toi. Viel Erfolg bei Olympia. Ich drücke die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018